Applaus So, Freunde, begrüßen wir euch recht herzlich zu unserer 8. halb-stündigen Aftershow-Party Oder seid ihr müde? Nein! Auch nicht! Wir haben uns noch kurz umgezogen, ein kleiner Sicherheitsrenavater Hinweis, bevor wir jetzt in unserer kleinen Aftershow-Party starten. Habt ihr alle was zu trinken? Ja! Solltet ihr nicht, dass ihr uns dehydriert, ihr wisst, das ist gefährlich, Dehydration, dann müssen wir ja Mund zum Mund und so, das wollen wir nicht. Also, Freunde, besorgt euch noch was zu trinken, es geht noch eine Weile, da hinten gibt's noch was, und jetzt möchten wir auch das Motto verkündeln für die nächsten 8 Stunden, also wer sich setzen möchte. Also, Musik 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 Musik